Ich glaube, mir geht dieser Trend einfach zu weit, Menschen in Kategorien reinzustecken oder in Typisierungen reinzustecken, die einfach so nicht existieren. Bist du vielleicht eine Bärenfrau oder doch eher eine Hirschfrau? Oder könnte es sein, dass du, ja, das habe ich schon gesehen, du bist so ein Bullenmann, ne? Wenn du nicht weißt, worum es jetzt gerade gegangen ist, dann bleib dran, es geht nämlich heute um das Thema Vulva und Penis-Typen. Also heute bin ich auf jeden Fall ein Finger-in-die-Steckdose-Typ. Ich kriege es einfach nicht hin, aber so bin ich heute. Von daher hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freunde der klaren Worte. Heute mit diesem schicken Style direkt aus Paris oder aus meinem Badezimmer. Heute soll es darum gehen, was es mit diesem Penis- und mit den Vulva-Typen auf sich hat. In den letzten Jahren sind Vulva- und Penis-Typologien immer beliebter geworden. Was sich dahinter verbergt, wie es dir helfen kann und wozu es vielleicht eben auch nicht dient, das bespreche ich heute. Eigentlich gibt es viel zu viele Typologien, um sich damit eingehend zu befassen. Ich habe jetzt eine Typologie herausgegriffen, die ziemlich viel abdeckt. Es ist quasi so eine All-in-One-Strategie. Die nennt sich Quoduschka und beschreibt neun verschiedene weibliche Genitaltypen und neun verschiedene männliche Genitaltypen. Jeder Typ hat ein gewisses Aussehen, also es wird ziemlich deutlich beschrieben. In Größe, Form, Farbe, fleischige innere Vulvalippen und eine Vagina, die zehn Zentimeter tief ist. Und bei den Männern hat es einen ziemlich starken Durchmesser, ist sehr stark gebogen oder gerade hat folgende Farbe. Damit aber noch nicht genug. Mit diesen unterschiedlichen Erscheinungsformen werden verschiedene Vorlieben assoziiert, werden aber auch verschiedene Arten und Qualitäten charakterisiert, wie diese Person, die diesen Typ hat, performt oder schreibt oder wie sie so zum Beispiel ist im Bett. Das reicht von dem Spektrum, dass man sagt, diese Person mag es besonders feste angefasst zu werden, diese Person mag sehr leichte Berührungen oder aber auch, diese Person ist sehr laut, macht sie bestimmte Töne oder eben auch, diese Person ist sehr leise und genießt innerlich. Klingt etwas befremdlich, hat aber bestimmt auch seinen Charme. Wir kommen ein bisschen später darauf, was vielleicht ein wenig kritisch bei dieser ganzen Geschichte ist. Nun erstmal, was macht diesen Charme dieser Typologien denn eigentlich aus? Eigentlich ist es wie bei ganz vielen dieser Typologien, dass es genau das tut. Es vereinfacht das Thema Sexualität. Vor allen Dingen, weil Sex ein ziemlich unsicheres Terrain ist und ganz viele Menschen eben wissen wollen, worauf lasse ich mich da ein. Wenn man dann eben so eine Typologie hat, kann man sehen, ups, diese Person ist eine Hirschfrau, dann wird die wohl das und das und das gerne haben. Oder dieser Mann ist ein Bullenmann, also wird er das total toll finden. Es ist also eine Form der Vereinfachung. Es soll ein Service sein, der dir hilft, dein Gegenüber ohne großes Sprechen natürlich gut einzuschätzen. Und natürlich gibt diese Form der Kategorisierung auch eine Erlaubnis und ein Bewusstsein dafür, dass es Unterschiede gibt, dass Menschen nicht nur ein Aussehen des Genitals haben, sondern dass es da durchaus eine große Bandbreite gibt. Unterm Strich ist es ein Erlaubnisgeber und ein Vereinfacher. Damit war es das auch schon. Und wir kommen direkt zu der anderen Seite, wo ich da sitze und mir denke, hm, was ist an solchen Dingen überhaupt dran? Kurz ausgedrückt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist alles Bullshit. Eigentlich völliger Quatsch. Es gibt überhaupt keine Belege dafür. Oh Wunder, nur weil jemand äußerlich so aussieht, hat es überhaupt nichts damit zu tun, was die Person tatsächlich möchte oder wie sie sich äußert in ihrem sexuellen Ausdruck. Nichtsdestotrotz halten sich solche Kategorien einfach unfassbar gerne, weil sie so schön einfach sind. Und sie halten sich, obwohl es einfach gar keine Belege dafür gibt. Wir kennen solche Spielchen nicht nur in der Genitalanatomie, sondern wir kennen sie auch in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel aus der Phrenologie, als im 18. Jahrhundert, oder war es 19. Jahrhundert? Nein, ich glaube, es war das 18. Jahrhundert, der Herr Dr. Gall behauptet hat, dass man von der Schädelform irgendwelche Charaktermerkmale der Person ableiten kann. Natürlich hat sowas total viel Charme, optische Sachen mit den charakterlichen Merkmalen in Einklang zu bringen. Hat damit zu tun, dass der Mensch es möglichst einfach haben möchte. Und es gibt nicht nur in diesem Bereich ganz viele solche Klassifikationen. Es gibt Menschen, die behaupten, sie könnten Gesichter lesen im Sinne von, wenn deine Wangenknochen hier irgendwie eingedellt sind, dann hast du dieses Merkmal. Wenn deine Wangenknochen irgendwie anders aussehen, dann hast du das Merkmal. Also solche Dinge gibt es immer noch. All das hört sich immer total schön an. Und wenn es natürlich aus einer Wissenschaft herausgeboren ist oder irgendwas, was eine Ursprungswissenschaft gewesen ist, die sich natürlich heutzutage weiterentwickelt hat, dann stehen wir an einem Punkt und finden das alles so gut. Und daraus entwickeln sich immer wieder solche Ideen, die natürlich zu dem Zeitpunkt, als solche Ideen entstanden sind, absolut gut und richtig waren, weil es besser war als nichts. Ganz schlicht und ergreifend. Weil wir einfach weniger Verständnis von der Welt hatten und wie Natur und Mensch funktionieren. Heutzutage sind wir da Gott sei Dank weiter und können ganz andere Dinge messen. Und ja, natürlich ist es so, dass die sozialen Wissenschaften immer ein bisschen im Hintertreffen sind, weil die einfach nicht so leicht zu messen sind. Weil schließlich ist es schwierig, eine Charaktereigenschaft zu messen. Aber auch da bemühen sich forschende Psychologen, anständige Modelle zu modellieren und entsprechende Persönlichkeitsmerkmale messbar zu machen. Das ist aber schwierig und ist ein total langer Prozess. Es gibt da schon gute Modelle, aber die sind eben nicht so easy peasy cheesy. So haben solche Typologien und Versuche, Menschen anhand ihrer körperlichen Eigenschaften einzukategorisieren, immer noch einen großen Trend. Vor allen Dingen in der Coaching-Szene und leider auch in der Sexualberatungs- und Sexualcoaches-Szene. Auch wenn solche Typologien Erlaubnis geben, dafür unterschiedlich zu sein. Und das finde ich unfassbar wertvoll an diesen Modellen. Haben diese Modelle einfach die Gefahr, dass man sich darauf verlässt, dass man glaubt, dass die Welt tatsächlich so ist. Und wenn man eben nicht so ist, fühlen sich manche Leute einfach falsch oder nicht so gut beschrieben. Oder wenn ein anderer Mensch es anwendet und du dem nicht entsprichst, wie das da in diesem Buch oder in diesem Kurs gewesen ist, dann verkaufen dir die Menschen sowas wie, du bist noch nicht in deiner Typologie angekommen, du musst noch deinen inneren Horseman entdecken. So, das war jetzt ein kleiner Rant gegen diese Typologien. Also wenn ihr solchen Typologien begegnet, könnt ihr die euch wirklich gut durchlesen und einfach mal schauen, was passt, was passt nicht. Aber geht nicht davon aus, dass ihr daraus irgendwelche Weisheiten generiert, außer die Tatsache, dass Menschen unterschiedlich sind. Und vor allen Dingen, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr euch mit eurem Genitalen dann nicht wiederfindet in dieser ganzen Beschreibung. Am Schluss, was soll eigentlich dieses Video jetzt? Ich glaube, mir geht dieser Trend einfach zu weit, Menschen in Kategorien reinzustecken oder in Typisierungen reinzustecken, die einfach so nicht existieren. Natürlich gibt es Kategorisierungen, die man definitiv anlegen kann. Aber ich finde es echt schwierig zu sagen, nur weil du so ein Genital hast, bist du dann auch automatisch so als Person im Bett. Finde ich irgendwie schräg. Und ich finde es einfach befremdlich, wenn Menschen damit so hausieren und sagen, ja, so ist das Leben. Ich freue mich total an Vielfalt. Und natürlich ist im Thema Vielfalt auch viel Ähnlichkeit drin. Jeder von uns hat eine Nase. Jeder von uns hat Augenbrauen. Wenn wir das nicht haben, hat das meistens einen Grund. Aber nur weil Leute ähnliche Nasen haben, sind sie nicht unbedingt ähnlich. Selbst Geschwister, die ähnliche Nasen haben, sind nicht unbedingt ähnlich. Und dementsprechend möchte ich einfach sagen, hinterfrage solche Kategorisierungen wirklich, wenn sie dir begegnen. Und fühle dich nicht schlecht, wenn du dich dabei nicht gesehen fühlst. Kennst du denn irgendwelche solche Kategorisierungen? Ich würde mich total dafür interessieren und würde gerne wissen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, ob du solche Kategorien kennst oder ob das total neu war, was ich dir erzählt habe. Schreib es unten in die Kommentare und da können wir darüber sprechen. Bis bald!